Da technische Lösungen reale Versorgungsfälle unterstützen sollten, wurden in Zusammenarbeit mit beteiligten Krankenhäusern die wichtigsten Verlegungsfälle herausgearbeitet, welche von Falko besonders profitieren. Dazu ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der Krankenhäuser notwendig, sowohl auf Ebene der IT als auch in der Medizin. Letztlich können Verlegungsdatensets nur über eine transdisziplinäre Kooperation von Ärzteschaft, Pflege, Stationssekretariaten, Krankenhaus-IT, Projektunternehmen, Wissenschaft, Standardisierungsexperten und Projektleitungen definiert und umgesetzt werden. Entscheidender Erfolgsfaktor war die enge Zusammenarbeit der Projektpartner im Netzwerk der Gesundheitswirtschaft an der Ruhr, welche eine schnelle und effektive Arbeit erleichterte.